Musik mit Salz und weißen Pfeffer von beiden Seiten. Und wir seasonen unsere Vegetable Julien mit Salz und Pfeffer auch. Wir adden die Joptargon und Pernod zu es auch. Wir bräuchten die Oliwe-Oil an unseren Pfeffer. Just in der Mitte. Wir placeen eine Lähe von Vegetables in der Mitte. Hier, wie Sie sehen. Wir haben eine halbe Fille von Trout. Mehr Vegetables. Eine halbe Fille von Trout. Still mehr Vegetables. Und jetzt sind wir bereit für die Papillon. Wir starten auf der concave Seite hier. Wir machen eine Pfeffer. Nachdem die die zweite Pfanne. Halt bei der erste Pfanne. Die dritte Pfanne, klein das andere Pfanne. So masternone. Sie werden immer knifft, damit die Stein steckt. So können alles in die Mitte laufen. All we have left now is the pointed end, which we will tuck in underneath, to close the papillot. We set it on a baking tray, ready to go in the oven. After 10 minutes, the papillot should be puffed up like this, like a pillow. The sure sign that this is done. Now we can let it sit for a few minutes before we open it and serve it. Okay, we open it crosswise, just before serving, because all the aroma and flavors are reserved inside. Open the paper a bit. Now we can garnish it with a few more herbs. And we serve it with a lemon beurre blanc on the side. Here we go. you